Die Reise zu den heißen Quälen Guten Morgen, müder Krieger. Ach, tut mir der Rücken weh. Wenn dir das so zusetzt, kannst du dich nicht auf dein Pferd setzen. Dann müssen wir die Reise wohl absagen. Aber das wäre nun gar zu schade. Denn darum geht es mir ja. Um das Lindern meiner Schmerzen. Es geht sicher auf einen Travoir. Wo wollt ihr denn hin? Wir wollen zu den heißen Quälen und dort ein Bad nehmen. Das verjüngt und stärkt auf ungeheure Weise. Wie neugeboren fühlt man sich. Es heilt den Körper und den Geist. Das habe ich auch unbedingt nötig. Begleite uns doch dorthin, Jakari. Du könntest uns sehr helfen. Mit Vergnügen, stiller Fels. Warte, Fettauge, halte doch mal an. Lass uns der Sonne einen Moment gedenken, die jeden Tag aufgeht, Jakari. Danke ihr und nimm all ihre Kraft in dich auf. Wusstest du, dass die Bäume miteinander sprechen, Jakari? Sie sprechen auch zu uns, wenn wir es verstehen, ihnen zuzuhören. Ich habe gegrast und es nicht mitgekriegt. Aber Fettauge ist verschwunden mit seinem Pferd. Die Spuren führen in den Wald. Fettauge ist verschwunden, stiller Fels. Ich werde ihn suchen. Fettauge, was ist denn mit dir? Er schläft? Wie schafft er das denn, ohne dass er runterfällt? So erstaunlich ist das für mich nicht. Wir Pferde schlafen alle im Stehen. Hör mal, grauer Morgen. Auch wenn Fettauge einschläft, bleib bitte in unserer Nähe. So blubbert es auch, wenn meine Mutter kocht. Kommen wir jetzt zu den heißen Quellen? Ja, aber nehmt euch in Acht vor den Erdlöchern mit den Dampfsäulen. Da spritzt kochend heißes Wasser heraus. Man muss sich auch von diesem Pfützen fernhalten. Da schießen Wasserfontänen heraus und bilden einen tückischen Schlamm ringsum. Ich habe so eine Fontäne gesehen. Eine riesengroße. Diese Schlammlachen sind kühl und seicht. Doch man versinkt in ihnen. Ich werde Fettauge aufwecken. Er sollte besser aufpassen. Die beste Badequelle findet sich rechts vom Zwillingsplateau, Richtung Westen. Nein, ich versichere dir, die Brutthunsten befinden sich links, unweit des roten Felsen. Ich hoffe, sie einigen sich irgendwann auf eine Richtung. Wenigstens wird die kleine Streiterei Fettauge schön wachhalten. Hörst du das, Jakari? Ja, da schreit ein Tier um Hilfe. Ich denke, wir sollten nachsehen. Kleiner Donner muss ich jetzt ein bisschen die Beine vertreten. Sind gleich wieder da. Ja, mach das nur. Ich nutze die Zeit für ein Schläfchen. Dann kann mein Freund Fettauge auch auswählen, welcher Weg nun der beste ist. Ja, ich verspreche euch, dass ich euch zur allerbesten Quelle führe. Vorsicht, kleiner Donner! Oh, danke, Jakari. Das Schlammloch hat dich nicht gesehen. Wir kommen näher. Das Gebrüll kommt von hinter den Büschen. Ganz ruhig. Ich will dir nichts tun. Wir werden dir helfen, da rauszukommen. Du sprichst die Sprache der Vapitis? Ich spreche alle Tiersprachen. Ich bin Jakari und das ist mein Freund, kleiner Donner. Mich nennt man feine Ohren. Meine Hufe stecken fest. Ich werde dich an deinem Geweih herausziehen. Hilf mir, kleiner Donner. Ich komme nicht ran. So schaffen wir es nicht. Keine Sorge, feine Ohren. Denn Jakari hat noch immer einen Weg gefunden. Er holt dich da raus. Ich weiß schon was. Mit aller Kraft, kleiner Donner. Du musst es schaffen. Noch ein Stück jetzt. Los, weiter. Ihr habt mich gerettet. Wie bist du in diesem Schlammloch gelandet? Ich war unterwegs zu den Quellen mit meiner Herde und plötzlich dachte ich, ein Puma würde mich angreifen. Ich bin in Panik weggelaufen. Sagtest du, ein Puma? Ja. Man muss durch sein Revier auf dem Weg zu den heißen Quellen. Schon letztes Mal hat er sich wie wild auf uns gestürzt. Wir teilten uns auf und mich hatte der Puma dann verfolgt. Und er lief weg? Ja, aber das hatte ich nur einem Grizzly zu verdanken, den er ziemlich geärgert hat. Und seitdem habe ich Angst hier in dieser Gegend. Nicht so wild. Wir finden deine Herde schon wieder. Wir wollen auch zu den heißen Quellen. Dazu musst du uns nur unauffällig folgen. Zwei Männer unseres Stammes begleiten uns. Oh, keine Angst. Es sind keine Jäger. Na gut, wenn das so ist, dann folge ich euch. Seht doch, da drüben sind Fettauge und stiller Fels. Und da kommen die Bisons. Achtung, die Bisons. Sie hören mich nicht. Es hat keinen Zweck. Wir müssen dafür sorgen, dass sie nicht zertrampelt werden. Schnell. Und die Bisons sehen sie nicht. Wir können uns nur vor sie stellen. Dann trampeln sie uns nieder. Bitte hilf uns, meine Ohren. Alles klar? Was für ein Glück. Die Bisons sind uns glatt ausgewichen. Hast du das eben gesehen, Jakari? Da stand gerade ein Vapiti neben dir. Stiller Fels? Hast du hier etwa gerade so einen Lärm gemacht? Hey, wir stehen hier mitten auf einem Bison-Vad. Es wäre sehr unvorsichtig, hier zu bleiben. Schnell weg. Feine Ohren folgen uns immer weiter. Sehr gut. Mhm. Da habt ihr euch umsonst gestritten. Seht mal da. Ihr habt beide von derselben Quelle gesprochen. Oh, sieh mal die vielen Vapitis, kleiner Donner. Und alle nehmen in der Quelle ein Bad. Und sie scheinen sich da drin sehr wohl zu fühlen. Es wird nicht leicht, sie da wegzubekommen. Wir halten hier an, bevor sie uns entdecken. Sie könnten sonst aufschrecken. Menschen, Tiere und Pflanzen, wir alle sind Geschwister. Und allen steht das Recht, für die Gaben von Mutter Erde zu genießen. Wir warten, bis sie fertig sind. Ähm, mhm. Lasst uns dorthin gehen, wo sie uns nicht sehen. Es wird Zeit, ein bisschen zu essen. Setzt ihr euch schon mal hin. Ich will ihnen noch zusehen. Mhm. Ja, Kari, kleiner Donner. Ich hab den Puma gesehen. Er nähert sich von hinten. Ich hab eine Idee, wie man ihn loswird. Er belauert die heiße Quelle, weil er die Herde überraschen will. Ich laufe zu ihnen und sag, sie sollen fliehen. Warte. Nein, lauft nicht auseinander. Ihr seid genug, um euch gegen ihn zu wehren. Wie? Bisher sind wir doch immer alle geflohen. Erinnere dich, was dir passiert ist. Wenn ihr auseinanderlauft, kann er leichter auf einen von euch losgehen. Hm. Obwohl ihr einen Puma durchaus vertreiben könntet mit euren starken Gewein und euren Hufen. Du hast recht, Jakari. Seinen Mut hat er wiedergefunden, was? Mhm. Hey, hört mal alle her. Der Puma ist hier und wird uns gleich angreifen. Los, auseinander. Nein. Wenn wir das tun, dann erwischt er den Langsamsten von uns. Und was sollen wir sonst tun? Wir sind doch immer weggelaufen. Ja, genau. Aber von heute an laufen wir nicht auseinander, sondern verteidigen uns. Kommt, stellt euch alle um mich auf. Es ist gut gegangen. Sie hören alle auf ihn. Das ist doch gut so. Dort kommt er. Sieh nur. Sehr gut, der Puma zögert. Was soll er tun? Gegen sie alle ist er machtlos. Was ist Puma? Komm doch näher. Was hast du? Wartet. Hör zu, Puma. Du solltest lieber von hier verschwinden. Gegen so viele hast du doch keine Chance. Wir haben es geschafft. Nimm an. Einverstanden. Dann will ich es tun. Danke. Dann sind wir jetzt alle viel sicherer. Komm, baden wir weiter im warmen Wasser. Nein. Jakari und kleiner Donner haben mir geholfen. Sie sind von weit her gekommen, um hier zu baden. Lassen wir sie die Quelle genießen. Wir kommen später zurück. Ich habe gewonnen, Fettauge. Die Runde geht an mich. Nein, du kannst nicht richtig zählen. Die Runde geht an mich. Du hast nur viermal gewonnen. Ich fünfmal. Die beiden streiten sich schon wieder. Wollt ihr zur Quelle? Die Vapitis sind weg. Ach, meine lieben Freunde. Was für ein schöner Tag ist das mal wieder gewesen. So ruhig und ohne jede Störung. Ein schönes, heißes Bad, das lindert die Schmerzen und entspannt den Leib. Und dann meine gewonnene Partie. Jakari, Jakari, Jakari. Drei hungrige Kojoten. Was für ein Fang, Jakari. Die bringe ich meiner Mutter und bin dann gleich wieder da, kleiner Donner. Hallo, kleiner Donner. Feuerpfeil, wie geht es dir? Ganz gut, aber ich würde eigentlich gerne mal was Aufregendes sehen und erleben. Du bist noch jung. Das wird noch aufregend genug. Hab ein wenig Geduld. Ich weiß, aber wie lange muss ich denn noch darauf warten? Hallo, meine Freunde. Jakari, anscheinend kann dieses junge Pony es kaum erwarten, sein erstes großes Abenteuer mit uns zu erleben. Na schön, warum nicht? Wie? Heißt das, ich darf wirklich mit? Ja, natürlich, Feuerpfeil. Vorher müssen wir aber noch deine Mutter fragen. Wir bleiben in der Nähe und sind vor Sonnenuntergang zurück, das versprechen. Komm schon, oh bitte, bitte, bitte. Ich bin doch schon so groß. Sag ja, Mama. Ja, na gut. Du bist wirklich schon sehr groß geworden. Sag ich doch. Einverstanden. Ihr müsst mir versprechen, ihn nicht aus den Augen zu lassen. Ja, versprochen. Ja! 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 Der macht mich noch ganz schwindelig. Du musst ihn verstehen, es ist ja sein erster Ausflug. Da, Feuerpfeil, siehst du? Sieh nur die Bisonherde. Oh. Wieso starren die uns so an? Sie haben uns längst gewittert. Bison's haben einen guten Geruchssinn. Du brauchst keine Angst zu haben, sie sind Freunde. Bis zur Steilwand, wer schneller ist. Oh, hier ist es unglaublich hübsch. Ja, ein wunderschöner Ort. Ich komme oft her. Pass mal auf. Siehst du den großen Felsen? Den meine ich. Die Mustangs treffen sich dort, wenn ihnen Gefahr droht. Hallo, Schwarzschnabel. Hast du mir zugehört, Feuerpfeil? Hallo. Ja, ja. Der Kleine scheint euch ja ganz schön auf Top zu halten. Und er hört gar nicht zu. Auf Wiedersehen. Wir müssen leider los. Heute ist sein erster Ausflug. Da ist Feuerpfeil ganz aufgeregt. Nicht so schnell. Es gibt hier viele Schluchten und Felsspalten. Ja, da. Lauf nicht zu weit vor. Wir sollten auf dich aufpassen. Erinnerst du dich? Kleiner Donner zeigt dir, wie man sie überquert. Du solltest ihm genau zuschauen. Siehst du? Genau in der Mitte gehen und immer schön das Gleichgewicht halten. Dann ruhig ein Bein vors andere setzen. Und zwar so. Na bitte. Das sieht aber leicht aus. Das schlafe ich bestimmt beim ersten Mal. Nein, warte. Hier ist es viel zu hoch. So etwas ist sehr gefährlich. Mir egal. Schön vorsichtig. Ja, so ist gut. Das ist ja wirklich sehr hoch. Nicht nach unten blicken. Geh vorwärts und dann hör genau auf Kleiner Donner. Oh. Toll, Feuerpfeil. Sehr gut. Sieh dir das hier an, Feuerpfeil. Das hier sind Koyotenspuren. Koyoten? Werden die uns auffressen? Nicht, wenn wir ins Dorf zurückreiten und ihnen ausweichen. Ja, das wäre schlauer. Sie sind in der Überzahl und die Spuren sind frisch. Halte dich ganz dicht bei uns. Die Koyoten sind zu Recht gefürchtete Jäger. Dieses Fohlen wäre ein köstlicher Festschmaus. Ja, aber der kleine Mensch und das Pferd beschützen es zu sehr. Also müssen wir sie voneinander trennen. Irgendwie beunruhigt es mich, dass sich die Koyoten hier rumtreiben. Wir sollten ihn freundlich grüßen. Nein, ich sollte ja nicht wegrennen, hat mir kleiner Donner gesagt. Hatten wir auf den kleinen Menschen und sein Pferd. Das Fohlen schnappen wir uns danach noch. Keine Sorge, Feuerpfeil. Alles in Ordnung. Er ist... Wo ist Feuerpfeil? Oh nein, wir müssen ihn schnell wiederfinden. Hallo, ich bin ja Kari und das ist kleiner Donner. Wir sind als eure Freunde hier. Das Pferd und du. Ihr zwei habt hier gar nichts zu suchen. Wir gehen ja auch gleich, aber vorher müssen wir einen Freund wiederfinden, einen Fohlen. Tut mir leid, das Fohlen gehört jetzt uns und zwar mit Haut und Haaren. Widersprich ihnen erstmal lieber nicht. Ja, du hast recht. Wir sind ihnen sicher nicht gewachsen. Wenn Feuerpfeil ein bisschen zugehört hat, wird er den Felsen aufsuchen. Na gut, ihr habt gewonnen. Wir verschwinden. Du bist ja ganz aus der Puste, kleines Fohlen. Du bist es, Elster. Ich war bei Jakari und kleiner Donner und dann kamen Koyoten und ich... Nun beruhige dich doch. Koyoten sagst du? Ja, drei Koyoten. Wenn diese Koyoten dich suchen, na dann musst du dich verstecken. Ich wüsste ein sehr gutes Versteck beim großen Felsen. Der große Felsen? Ja, da treffen sich die Mustangs, wenn ihnen Gefahr droht. Das hat mir kleiner Donner gesagt. Dann folge mir. Wir sollten uns beeilen. Feuerpfeil! Er ist da unten. Die Elster begleitet ihn. Oh nein, was ist das? Die Koyoten sind hinter ihnen her. Wir müssen uns beeilen. Siehst du? Wir sind schon da, Haar. Der große Felsen und der Eingang zu der Höhle, in der du dich verstecken kannst. Ich danke dir, Elster. Am Ende der Höhle ist ein kleiner Tunnel. Da läufst du durch. Der führt zu einem geheimen Ausgang. Naja, und du? Ich werde die Koyoten so lange wie irgend möglich aufhalten. Na los, nun lauf. Und schau ja nicht zurück. Hey, du da oben. Hast du hier ein Fohlen gesehen? So ein sehr junges, zartes. Ja, so eins habe ich gesehen. Es ist da lang gelaufen. Hä? Ja, aber ich wittere es in dieser Richtung. Oh, Jakari! Schwarz Schnabel, hast du Feuerpfeil den Weg gezeigt? Ich habe ihm sogar ein Versteck gezeigt. Kommt, ich führe euch hin. Ja, Jakari! Kleiner Donner! Los, kleiner Donner, wir versperren den Ausgang mit Steinen. So, das dürfte sie aufhalten. Hört euch nur keine Sorgen. Ich werde euch warnen, wenn ich sie sehe. Ja, Jakari! Sie sind da! Die Koyoten sind in uns her. Es ist zu anstrengend für Feuerpfeil, aber ich habe eine Idee. Wir reiten zurück zur Schlucht. Feuerpfeil muss vorangehen. Ich halte die Koyoten auf, keine Angst. Und ich warne euch, wenn sie wieder in der Nähe sind. Ganz ruhig. Denk daran, was kleiner Donner dir gezeigt hat. Das kannst du. Zweifel nicht an dir. Genau in der Mitte gehen und das Gleichgewicht. Schön weitergehen. Und ja, nicht stehen bleiben. Und, sind sie noch weit weg? Nein, sie kommen schon! Feuerpfeil ist in Sicherheit. Schnell, wir stoßen den Stamm in die Schlucht runter. Das schneidet ihnen den Weg ab. Wirst du das schaffen, kleiner Donner? Natürlich. Er ist sehr schlau, der kleine Mensch. Hey! Hoppla! Den dreien habe ich es aber gezeigt. Unglaublich war das. Wir sind über einen Baum in der Luft gelaufen. Dann habe ich mich verirrt. Und da hat eine Elster mir geholfen. Und sie hat einen Stein nach den Koyoten geworfen. Ein Baum in der Luft, wirklich? Und auch noch Koyoten? Ja, aber Jakari und kleiner Donner haben mich beschützt. Das nächste Mal ist er vorsichtiger. Und das sollte man auch sein auf Abenteuerreisen. Na und, wann soll die nächste Reise losgehen? Ach, ähm, so bald noch nicht wieder. Hahaha! Toten Jakari Meine Freunde Jakari und kleiner Donner! Jakari! Bitte beschütz mich, ich flehe dich an. Natürlich, Großauge, aber vor... Bleib meinen Freunden ja vom Leib, Luchs. Danke, Jakari. Der Luchs wollte mich... Naja, mit Haut und Haaren auffressen, wärt ihr nicht gewesen. Ein Glück, dass wir zufällig in der Nähe waren. Hey, was macht ihr eigentlich hier in der Gegend? Meine Mutter braucht Anikablüten, um ein Heilmittel herzustellen. Die suchen wir. Weiter geht's, Glenna. Gehört das dir, Jakari? Oh, mein Totem. Danke, Großauge. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Bis bald! Oh, sein Totem? Jakari! Warte doch mal! Du, Jakari, was ist ein Totem? Ein Totem gibt dir Rat und beschützt dich dein ganzes Leben. Meins heißt Großer Adler. Hm. Ah, ich würde auch gern so ein Totem haben. Das würde mich vor dem Luchs und anderen Räubern beschützen. Wir Tiere brauchen keine Schutztotems, Großauge. Wir sind in der Natur viel mehr zu Hause. Kleiner Donner hat recht. Darum haben die Siouxs auch so große Achtung vor allen Tieren. Hm. Ja, so gehört es sich auch. Hey, hier hat dich doch irgendwo Eicheln versteckt. Pass auf, der Luchs ist vielleicht noch auf der Jagd. Ein Katzenfrett kommt doch sehr gut allein zurecht. Mach's gut, Großauge. Hier finden wir bestimmt Anika. Die Blüten der Anika-Pflanze sind ganz sonnengelb. Los, suchen wir. Keine Anika. Die Pflanze ist noch seltener als ich dachte. Ach, na, Großnabel? Hm, also wirklich, kleiner Mensch. Du stehst hier auf der herrlichsten Lichtung des Waldes und trotzdem bist du anscheinend unzufrieden. Ja, das stimmt. Wir finden die Blume einfach nicht, die so gelb ist wie die Sonne. Da hast du aber Glück, dass ich gerade hier bin. Ich weiß ganz genau, was wo wächst. Gelbe findest du zu Tausenden auf einer Wiese und die ist... Oh nein, 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 nein. Ich bitte dich, Luchs, lass Großauge in Ruhe. Du sprichst wie ich und willst dich in meine Jagd einmischen. Ich bin schon ausgehungert. Wir sehen uns wieder. Oh, toll, Jakari. Du hast mich schon zweimal vor den Luchskrallen gerettet. Hm, du bist mein Totem. Du hast Großer Adler. Naja, und ich hab dann Großer Jakari. Ich bin nicht dein Totem, Großauge. Doch du kannst gerne noch bleiben, wenn du willst. Großer Jakari, ich danke dir. Großschnabel wollte mir eigentlich sagen, wo wir die Wiese mit den gelben Blumen finden. Wenn ich da oben bin, sehe ich sie vielleicht. Hey, Großer Jakari. Das ist doch hier nicht ganz allein. Großauge nicht. Entschuldige, Pieksnadel, ich wollte dich nicht stören. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich suche eine Wiese voller gelber Blumen. Kannst du die sehen? Sag mal, Jakari, du weißt, dass ich kaum besser sehe als ein Mauerwurf. Lass mich doch einfach weiter schlafen. Hey, du! So redet man nicht mit Großer Jakari. Nicht, Großauge, komm wieder her, sonst... Er hat mich überall ganz furchtbar gepikst. Ich hätte auf mein Beschützer-Totem hören sollen. Verzeih, Großer Jakari. Großauge, ich bin nicht dein Totem. Ich bin nur dein Freund. Blumenwiesen findet ihr übrigens am Fuß der Berge. Und jetzt verschwindet ihr endlich. Äh, danke, Pieksnadel. Ich grüße dich, Vapiti. Ich suche eine Blume, die blüht so gelb wie die Sonne. Hast du hier vielleicht welche gesehen? Nein, aber säe ich sie, würde ich sie nicht essen. Sie machen sehr krank. Du willst sie doch hoffentlich nicht essen, oder? Mach dir keine Sorgen deswegen. Die Sioux verwenden die Blüten, um daraus eine Salbe gegen Schmerzen herzustellen. Die wachsen aber nicht hier. Die wachsen nur ganz hoch oben in den Bergen bei der Adlerspitze. Ist das dein Totem, Jakari? Großer Adler! Das ist nicht ein großer Adler. Das kann nur ein Bergadler sein. So wie er seine Kreise dort oben zieht. Schade, ich hätte gern mal dein Totem-Tier kennengelernt. Hey! Doch, natürlich war das große Adler. Er ist nur neidisch und will dich für sich allein behalten. Großauge, dieser Adler ist nicht mein Totem. Kletter auf meinen Rücken, Jakari. Wir müssen uns schnell unterstellen. Trag doch, großer Adler. Er soll was tun gegen den Regen. Unsinn. Man stört sein Totem nicht wegen solcher Kleinigkeiten. Nein, sicher nicht. Da vorn! Eine Höhle! Wir sollten hier übernachten. Das ist nicht so schön. Wir müssen hier übernachten. Das ist natürliche. Wir müssen hier übernachten. So viele Arnika-Blüten. Schimmernde Zöpfe wird sich freuen. So was, Arnika hat über ihre Heilkräfte hinaus noch eine andere Wirkung. Man muss niesen. Das wird so schön bei dir in deinem Tepi. Moment mal. Hör zu, Großauge. Deine Heimat ist doch der Wald. Dein Platz ist nicht in einem Dorf zwischen lauter Menschen. Oh, Jakari. Kleiner Donner hat recht. Aber du hast uns geholfen, die Blumen zu finden. Ach, du bist viel zu großzügig, Jakari. So wird es Großauge nicht gelingen, seinen Mut wiederzufinden. Vorsicht! Das war wirklich knapp. Und dieses Mal war ich es nicht, der dich gerettet hat, Großauge. Ja, diesmal nicht. Danke, kleiner Donner. Siehst du, ich bin nicht ein Totem. Wie schade um all die schönen Blumen. Oh nein, die Arnika-Blüten. Ach, nicht doch. Das darf nicht wahr sein. Und wir können keine neuen mehr pflücken. Der einzige Weg wäre, darunter zu klettern und sie zu holen. Und das schaffe ich unmöglich. Das wäre wirklich zu gefährlich. Ich kletter darunter. Vor so einer Felswand hat ein Katzenfrett doch keine Angst. Ganz toll, Großauge. Sei vorsichtig. Der Magen ist immer noch so leer. Großer Jakari. Oh nein. Sei vorsichtig, Großauge. Ich werde mich doch von so einem frechen Luchs nicht einschüchtern lassen. Manu, was ist denn los mit dir, frecher Luchs? Hast du etwa gar keinen Hunger mehr? Seht ihr? Großauge. Jakari. Danke, Großauge. Ich danke dir. Und dir auch, kleiner Donner. Du hattest recht. Meine Heimat ist der Wald. Da will ich hin. Und du bist nicht, großer Jakari. Du bist mein großer Freund. Genauso wie kleiner Donner. Na, was ist? Wollen wir nicht los? Der Wald wartet auf mich. Würdest du mir bitte eine Arnika-Blüte schenken? Natürlich. Eine zur Erinnerung an unser Abenteuer. Die hilft nicht nur gegen Schmerzen, sondern auch gegen Luchse. Macht's gut, meine Freunde. Macht's gut, Großauge. Wollen wir nicht los? 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 Untertitelung des ZDF, 2020